Einen wunderschönen guten Morgen. Die Notiz ab Bear, die war in dieser kleinen Serie mein Video mit der Nummer 30 im Fernjahr 2016. Sie wurde über all die vergangenen Jahre konstant mit Updates begleitet. Das Entwicklerteam, das traute sich aber erst in der letzten Woche zu einer offiziellen Version 2. Nach so vielen Jahren, da will das angeschaut sein.